So, meine lieben Zuckermäuschen, ich bin heute wieder da mit einer neuen Runde Arena of Baylor. Heute habe ich mir den guten Kevin geschnappt und wir machen heute ein schönes 1v1 gegeneinander. Der Kampf um die wahre Nummer 1 geht somit weiter. Bei League ist er leider ein bisschen abgeschlagen. So, sind wir mal rein. Wir haben gerade schon eine kleine Aufwärmrunde gezockt, die war schon ziemlich nice. Da war immer sogar sad, dass wir dich aufgenommen haben. Ja, leider. Nimmst du die gleichen Helden? Ich weiß nicht, ich nehme was anderes, glaube ich. Ja, ich nehme auch was anderes. Okay, ich nehme, ich nehme, ah scheiße. Wann nimmt man denn am besten als Mastery, also als Talent? Äh, wahrscheinlich heilen am besten. Ja, ich denke schon, ne? Ich mache mal hier ein bisschen was Sneakyes. So, rein. Du hast doch dann denselben genommen. Nein, nein. So, wir schauen mal, wie lange die Runde hier geht und machen es davon abhängig, ob es Best of 3 wird oder Best of 1. Und ob ich gewinne oder verliere. So, let's go. Ich glaube, ich gehe gleich einfach Fullham gegen dich. Ach, das ist die. Ja, okay. Bist du ein Caster oder was? Nein. Ah. Oh, lol. Jo, nimm das, Junge. Oh, shit, du bist nur mit zwei. Oh. Meine Goal! Ja, shit, der habe ich voll vergessen. Egal, ich outrade dich einfach. Ich habe kein... Dammit. Alter, Junge. Und weg hier. Das ist ja gar keine Rage-Train-Spail da. Oh, nö. Alter. No! Jawoll, ich. So, first blood. Go, 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 Leute. Okay, 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 okay. Also Ziel, Leute, ist einfach Nexus-Verschläppel. Wir machen jetzt hier nicht irgendwelche besonderen Regeln. Wir spielen einfach die Map hier runter. Was ist das? Ich habe schon Level 5, Alter. Oh, shit, wir sollen das hier. Oh, was ist das denn? Oh, mein Gott, wie steuere ich das? Achso! War das dein Ult? Ja, ne? Shit, oh, hier, hier. Okay, jetzt weiß ich, wie ich... Oh, shit, jetzt, okay, 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 alles gut. Wie steuere ich das? Okay, ich dachte, ich muss das mit dem... Alter, shit. Das ist ja übelst, der CC. Alter! What the fuck? What the fuck? Oh, shit, jetzt, okay, 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 okay. Machst du eigentlich nie deine Ultimate? Doch, die habe ich gerade gemacht in dem Fight. Oh, shit. Oh, habe ich die überhaupt gemisst? Nein, Kevin macht uns sowas nicht. Oh, Mann. Komm, Junge. Zieh. Dann, no! Oh, hätte ich den Stun und dann, wenn er hier bekommen, ey, dann hätte ich dich. Dann hätte ich dich in One-Shot-Sin, glaube ich. Alter, der CC ist echt nicht... ...nicht schön. Jo. Ich glaube, ich werde wirklich meine Ultimate gar nicht machen. Ich glaube, du musst ja machen, wenn ich ein CC bin oder so. Ja. Oh, shit, was mache ich denn jetzt? Jo. Pisser. Ah, ich habe noch mal das hier. Ja, jetzt. Ach, was? Bist am Arsch, mein Freund. Thanks. Oh, Side-Step! Jawolleck! Oh, mein Gott! Alter, der Tänzer. Junge, du bist... Scheiße, der... Ohne Witz, ich gehe einfach hier, Bro. Ey, hast du auch eine Chance? What's all that denn? Oh, ich bin... Der Mensch ist aber ordentlich eigentlich. Ja, wenn du mich einmal triffst, bin ich echt... Oh, aber die Range ist halt lächerlich von deiner Ult. Kann nichts. Dann kommt der Heli wieder. Ach, ist schon da. Sehr schön. Ich mach mal mit. Hab ich. Oh, nein. Oh, scheiße! Alter, der... Wenn du mich mit diesem CC triffst, dann bin ich echt der Arsch. Ja, das ist RIP. Wird das nochmal spannend hier oder was sagst du? Oh, shit. Sprint. Ich komm nicht ran. Da kommt der Stun. Oh, nee. Und da kommt der Burst. Alter, scheiße. Ah. Ah, ich bin so schlecht mit der Ultimate. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich ekelhaft, wie schlecht du bist. Ja, da was soll denn das? Oh. Ich muss nur diese Kugel dodge. Ja, die. Jetzt geh ich rein. Lauf doch nicht weg, Junge. What? Wie hat das nicht getroffen? Nein, ein Hit. Hab ich nicht? Ne, 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 ne. Ich krieg hier die ganze Zeit Benachrichtigung, HSV hat ein Live-Video auf Instagram gestartet. Sorry dafür, Leute. Ich greif hier nur meinen Helfer auf dem Bildschirm ab. Oh, was ist das denn? Hä? Was war das für eine Riesenkugel gerade? Wiss ich nicht. Ach, ich hab die jetzt am Max-Level. Ah. Ah, das da, ne? Yo, Sloat. Ich spun und Sloat. Merk ich. Wenn das noch turns, dann werde ich ein bisschen traurig, du. Ah, das mach ich. Easy. Alter, wie soll ich dich killen? Ich bleib einfach auf Range. Ja, du klierst jetzt einfach die Wave die ganze Zeit, du Lappen. Äh. Was soll denn das? Äh. Ich kann das mal anders machen. Oh, shit. Ja, komm, das kannst du ja wirklich ernst meinen, mein Juge. No, oh, oh. Jetzt hab ich dich vielleicht mal... Oh, ich hab missglickt. Hab ich dich jetzt an den Eier? Sprint. Nein. Oh, save. Ich recall mal eben. Kann man recall? War gar nicht. Doch. Äh. Nice try. Schade. Ah, da ist er zu geweevet, ey. Äh. Hat das gerochen, die Trick. Oh, scheiße. Nein. Oh no, ich bin im Healy reingegangen. Raus, 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 raus. Ich kann das nicht tanken. Äh. Wahnsinnig. Ich bin schon max level, Mann. Oh, ey, das ist echt hier. Wie du einfach eine Wave leerst. Ich war da, Alter. Das ist doch echt lame hier. Was soll ich, wie soll ich dich besiegen? Das wird eine 30 Minuten Aufnahme, Leute. Pappala papp. Oh, shit. Oh, shit. Oh, oh. Oh, meinst du, ich hätte eh nicht behalten können, weil die Minutes nicht da sind. Hoppa. Wie soll ich dich denn da jemals... Ich müsste einfach diesen Nexus angreifen. Ja, aber da kommst du eigentlich schon. Jetzt vielleicht ein Pites. Nein. No. Ja, das ist end. Nein. Oh, da kam die Minutes. Oh. Ey. Die Nummer 1, Kevin. Ah, ja, 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 weißt du, nur weil du da deinen komischen OP-Ding spielst. Guckst euch an, Leute. Verdientes Gold 11.632. Los. 11.000. So, dann machen wir noch eins, oder was? Ja, für noch eins. Dann machen wir noch eins, komm. Machen wir Best of Three draus. Scheiße die Wand an, Alter. Ah, da dachtest du, du kannst in zwei Gänse die Nummer 1 werden, aber nicht mit der wahre Nummer 1. Ja, die wahre Nummer 1 kommt von hinten, ey. Die kommt von immer. Wie lange bist du tot? Ja, noch fünf Sekunden. Hab ich, hab ich, hab ich. Ja, war da! Ja, war da! Runde 3 wird's. Ja, 7-1, Alter, da war ja ein kompletter Stomp. Ja, komm, das Game ist nie passiert. Ja, 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 ja. Das ist genauso wie Soraka, hab ich nie gespielt. Okay, let's go. Vukor gegen Vukor, Leute. Jetzt, jetzt zählt's. Nein, Kevin, mach es nicht. Der Gott. Ich hau das Ding sowas von weg. Bam! Was kommt in den Titel? Kevin ist die wahre Nummer 1. Ja, da klickt ja keiner drauf, ich muss da ein bisschen Clubbait reinmachen. Na ja, Leute, das war ein schönes 1 gegen 1 hier bei Arena of Vela. Ich werd dann, ähm, ich werd noch drei weitere davon hochladen, also gegen alle Spin-Mitglieder ist der Plan. Ich weiß nicht, wie ich mir als nächstes ranhole. Ich glaub, so nahhole ich mir als Endboss, weil der sucht halt extrem. Der ist halt echt. Da muss ich noch ein bisschen selber noch ein bisschen practicen. Vielleicht hol ich mir Johnny für so ein kleines Erfolgserlebnis. Oder Max. Ich glaub, ich hol mir Max da als nächstes ran. Naja. Vielen Dank fürs Zugucken. Checkt auch Kevin ab. Der macht auch schöne Videos, manchmal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Livestream oder wo auch immer. Haltet ihn hart, ihr geilen Boys, ne? Macht's gut. Tschüssi.